Gibt's ne Möglichkeit, dem Boss umzustimmen? Als ich das gelesen hab, war mein erster Gedanke. Und wenn's da Kopfschmerztabletten nimmst? Was aber damit gemeint war und noch viele andere eure Fragen und Kommentare, jetzt bei Mach's dir selbst! Ja, ho die, hallo meine Lieben, da an die von Töricht hier. Es war jetzt echt ne lange Zeit, dass neue Videos rausgekommen sind. Es gab auch einen Grund dafür, bei mir ist mein PC leider kaputt gegangen. Jetzt musste ich den reparieren und musste den auch neu aufsetzen und wieder alles einrichten. Und dann ist es natürlich nebenbei so, dass ich nicht nur diese Mach's dir selbst! Ich hab auch hier ein Musikstudio, bei dem ich meine Projekte machen muss. Das heißt also, jetzt mit dem Video geht die Serie endlich weiter. Ich kann wieder Videos schneiden. Ich hab auch schon wieder ein paar gedreht. Auch hier nochmal vielen Dank für euer Feedback. Wie gesagt, immer gerne in die Kommentare. Und apropos Kommentare, kann man denn so einen Bass denn nun umstimmen? Was ist denn damit eigentlich gemeint? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich gehe davon aus, dass du meinst, bei einem echten Bass kann ich ja andere Stimmungen machen, wie zum Beispiel Drop D oder direkt auf D runter stimmen. Aber das ist beim VST-Instrument brauchst du das gar nicht. Da wird ja quasi jeder Ton aufgenommen und gesampelt und dann auf die Klaviatur gelegt. Das heißt, möchte ich jetzt ein Drop D spielen, dann spiele ich einfach die Note D. Da brauche ich nichts umändern am Bass und brauche auch nichts umstimmen. Anders natürlich ist, wenn du ein besonderes Tuning hast, also wenn der Song nicht ganz genau auf unsere Standard 440 Hertz getunt ist, dann kannst du das hier dann ändern in den jeweiligen Cent-Bereich. Und da muss man sich halt ein bisschen reinhören, bis es dann gerade klingt. Guten Tag, danke, dass ich im Fernsehen bin. Immerhin taugt das als schlechtes Beispiel. Ich schlage vor, dass bei 500 Abos jeder ein Foto seines Bauches schickt. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob sich dein Abschiedsgruß so halten lässt. Äh, das kleine Song probieren wir doch aus, oder? Bussi aufs Bauch, Bärli und so. Voraussetzung, ihr müsst natürlich Bärli sein. Hallo von mir, also ich verwende die Soundkarte meines PCs und noch keine externe Soundkarte. Die angebaute Soundkarte von Realtek kann kein ASIO. Insofern kann ich mir dann ASIO for all wohl sparen. Hab's trotzdem getan und erhielt prompt eine Warnmeldung von Cakewalk. Außerdem liefen keine YouTube-Videos mehr. Ich werde mir wohl eine extra ASIO-fähige Soundkarte zulegen müssen. Genau, das brauchst du. Also hier nochmal, um alle Missverständnisse aus der Welt zu schaffen. Eine Soundkarte, damit sie ASIO-fähig ist, muss sie auch ASIO-nativ unterstützen. Tut sie das nicht, kann man mit ASIO for all eine noch so schrottige Soundkarte als ASIO-fähig faken. Bringt dir aber eigentlich nichts. Besonders bei Cakewalk, weil Cakewalk ist damit sehr unkompatibel mit ASIO for all. Das heißt also, wenn du nur eine schrottige Ombuds-Soundkarte hast, die kein ASIO unterstützt, dann wählst du dann hier Wasabi-Modus. Entweder shared oder dann exclusive. Je nachdem, was eure Soundkarte unterstützt. Und ansonsten habe ich ja hier mein Hardware-Video, wo ich euch ein paar günstige ASIO-fähige Soundkarten vorstelle. Kostet ja nicht einmal viel. Haha, teilweise ganz witzig dein Video. Aber nun weiß ich immer noch nicht, wie man einzelne Komponenten miteinander koppelt. Sprich Audio-Interface, Cakewalk, MIDI-Controller und Verstärker mit Monitore. Muss ich die interne Soundkarte vom PC dann deaktivieren? Oder woher weiß denn Cakewalk, mit welcher Soundkarte kommuniziert werden soll? Ich bin ja gerade in der Mache vor so einem Video, wo man euch dann mal herzeigt, wie man die verschiedensten Komponenten von Soundkarte bis MIDI-Controller, Keyboard mit Cakewalk verbindet. Da kommt die nächsten Wochen ein Video dazu. Wie gesagt, schon abgedreht, wird gerade geschneidet. Und woher denn Cakewalk weiß, welche Soundkarte benutzt werden muss? Das kannst du hier unter Bearbeiten, Voreinstellungen. Und je nachdem, welchen Modus ich habe, habe ich ASIO, kann ich nur eine Soundkarte auswählen. Weil ASIO ist immer explosiv beschränkt auf ein Audio-Interface. Und wenn ich da zum Beispiel Wasapi oder WDM habe, dann habe ich hier in der Übersicht alle Ein- und Ausgänge und muss natürlich dann die entsprechend anhaken, die ich haben will, beziehungsweise abhaken, die ich nicht haben möchte. Hallo Andi, deine Videos sind sehr, sehr gut. Was da für Arbeit drin steckt, Wahnsinn. Und jetzt noch eine Datei zum Ausprobieren ist absolut spitze. Seitdem es deine Tutorials gibt, komme ich in der DAW endlich mal voran. Bitte weiter so und ich hoffe für dich noch auf ganz viele Abos. Ja, erstmal wieder vielen lieben Dank fürs Kommentieren. Es freut mich ungemein, wenn dir meine Videos helfen. Es ist für mich auch ganz hilfreich, wenn ihr natürlich den Kanal abonniert. Aber das Wichtigste ist Watchtime, Watchtime, Watchtime. Also wenn euch meine Videos gefallen und ihr mir helfen wollt, dann guckt fleißig eure Videos und dann sagt auch der YouTube-Algorithmus, hey, das zeig vom Andi, verteil mal ein bisschen mehr. Glaube ich zumindest. Wenn ich den YouTube-Algorithmus so halbwegs verstanden habe. Mr. MeToo, vielleicht eine Video-Idee für deine Home-Studio-Playlist. Einfach mal zeigen, wie man die ganzen Geräte anschließt, mit der DAW verbindet und einstellt. Ich denke, das wird einigen helfen und mir später auch, wenn ich mir die Sachen zugelegt habe. Bleib so, wie du bist. Ja, Mr. MeToo, vielen lieben Dank für deinen Kommentar. Ich habe es ja wie vorher bereits erwähnt, ist ja schon ein Video in der Mache zu genau diesem Thema. Und ich bleibe so, wie ich bin. Hoffe ich zumindest. Mein Rode NT-USB hat tatsächlich einen Audio-Ausgang zum Monitoring und aktuell mische ich auch drüber ab. Mittlerweile habe ich schon gute Tracks hervorgebracht, aber fürs Abmischen ist das Ganze natürlich suboptimal. Ich werde mir in nächster Zeit dein Home-Studio-Kit zulegen. Ja, ein Home-Studio-Kit ist natürlich immer sinnvoll und dass das Rode NT-USB einen Audio-Ausgang hat, habe ich jetzt echt nicht gewusst und finde ich echt überraschend. Aber andererseits, wenn es aus... Ich weiß jetzt nicht, ob das ASIO unterstützt, aber wenn es ASIO unterstützt, dann muss es ja quasi einen Audio-Ausgang haben, weil wie gesagt, ASIO kann immer nur ein Gerät gleichzeitig betreiben. Und wenn ich dann nur einen Audio-Ausgang habe, wäre das natürlich doof. Hey nochmal, ich habe es hinbekommen, Cakewalks zu installieren, aber leider wird bei meinem Mischpult die XLR-Multibuchse nicht erkannt, sondern nur die Cinch-Eingänge, LRS. Was nun? Ja, was nun? Das Wichtigste zuallererst, RTFM, Read the Freaking Manual, wie es Microsoft damals einen ganzen Blogartikel verfasst hat. Es hält wirklich viel, viel weiter, wenn man sich einfach mal hinhockt und die Anleitung liest und dann wird das auch was. Aber wir haben ja auch schon ein bisschen kommuniziert. Es ist für mich immer, ja, ich versuche euch immer zu helfen, aber es gibt eine so große Vielzahl an elektronischen Audio-Devices und jeder lässt sich ein bisschen anders konfigurieren und anschließen. Und ja, wie gesagt, ich versuche zu helfen, aber da brauche ich da schon ein bisschen mehr Infos. Aber wie gesagt, wir sind natürlich da dran. Ja, falls ihr mal Fragen habt und so, könnt ihr mir immer in die Kommentare übrigens schreiben oder auch eine E-Mail oder hier auf Insta. Ich habe sie eingeblendet. Dann können wir mal lösen, ne? Flachswickelnder Flixwantel. Eich, schau mal gerne. Schöner, schöner Name. Abo ist drin. Ja, und ich sage dazu, Eich. Robert Robson. Super geiler Kanal, muss man echt sagen. Abo verdient. Frage. Hast du schon mal etwas übers Routing, Klammern, Sense gemacht? Habe ich in der Tat, in der Einsteiger-Serie, das spezielle Video dazu, habe ich... Kann man das nie merken. Hier verlinkt. Herrschaftszeiten. Servus, Grüzi und Hallo. Erstmal großes Kompliment für deine Videos beziehungsweise Tutorials für Cakewalk. Ich habe da mal noch eine Frage, die du sicherlich beantworten kannst. Wie kann man bei Cakewalk aus einem Song die Stimme entfernen? Also sozusagen eine Karaoke-Version oder Instrumental-Version draus machen? Bin gespannt, wie das geht. Grüße aus der Schweiz. Ja, also erstmal Grüße an die Schweiz zurück. Und was du vorhaben möchtest, wenn du eine Karaoke-Version draus machen möchtest, das geht immer nur bedingt. Zumindest mit Cakewalk. Vielleicht gibt es spezielle VSTs, die es schon besser können. Wenn du nur die Cakewalk-internmittel nehmen möchtest, dann einzig, was mir zu einfällt, ist, dass du die Channel-Tools nimmst und dann das Mittensignal entfernst. Kannst du dann hier mit diesen Reglern machen. Aber das ist auch nur eine Annäherung. Weil meistens ist es ja so, bei Songs ist die Gesangsstimme meistens in der Monomitte. Und wenn ich dann das Mittensignal entferne und nur die Seitensignale da lasse, dann wird zumindest das reduziert. Eine andere Möglichkeit wäre heute dann wirklich, dass man mal schaut, gibt es schon Karaoke-Versionen. Oft wird man bei YouTube auch ganz schnell fündig. Oder es gibt auch entsprechende Online-Händler, die sowas anbieten. Aber ich denke mal, du möchtest das ja kostengünstig lösen. Und da fällt mir jetzt bei Cakewalk wirklich nur das Channel-Tools ein. Grandios! Mir gefällt dein Ansatz, dass gutes Equipment nicht teuer sein muss. Bei Instrumenten ist es doch ähnlich. Ein Profi klingt zum Beispiel auf einem billigen Saxophon aus China. Ist nur ein Beispiel. Wahrscheinlich immer besser, als ich auf einem Mark VI. Oder so. Ja, Thomas, da hast du völlig recht. Und ich sag's ja auch immer wieder. Erstens muss gute Hardware nicht teuer sein. Und zweitens hört man oft überhaupt keinen Unterschied, ob es jetzt wirklich die billige Hardware war oder ob es die wesentlich teurere Hardware war. Bei Instrumenten, ja, ja, wobei ich hab auch schon, ich hab schon eine Akustik-Gitarre von, wie heißt diese günstige Marke von Thomann, ähm, ich blende es hier ein, weil es mir nicht einfällt, da hab ich für 80 Euro eine Western-Gitarre gekauft und die klingt total geil und klang sogar besser dann beim Blind-Hören, äh, beim Blind-Vergleich klang die sogar besser als die, ähm, Takamine, die ich da hab. Also, wie gesagt, billig, muss sich nicht gleich billig anhören. Und du hast auch völlig recht, jemand, der das wirklich gelernt hat, dieses Instrument und auch beherrscht, bei dem klingt es einfach noch so ein billiges Instrument wesentlich geiler als jemand, der ganz am Anfang steht und sich so, keine Ahnung, 5000 Euro Gitarre kauft. Weil das ist auch wieder so ein Mindset, das viele von uns haben. Ah, mein Sound klingt erst richtig geil, wenn ich das Equipment hab und dieses Plug-in und genau diesen, äh, diesen Verstärker ist alles völliger Schmarrn. Das Einzige, was euch wirklich weiterbringt, ist üben, üben, üben. Das ist immer noch das A und O. Wer nicht übt, der kommt auch nicht weiter, warum ist mein Kappel so hoch? Furchtbar. Also, wenn ihr besser werden wollt, dann investiert Zeit, um euer Instrument oder euer Gerät zu beherrschen und dann wird es auch was. Ja, und wer immer noch nicht genug von mir kriegt, da hab ich hier noch ein Video und da unten gibt's wieder ein törichtes Video zum Chillen und ich sag mal wieder vielen lieben Dank für's Zusehen und bis dahin sag ich wieder Bussi aufs Bauchibärli und Servus.